Hallo Leute und Willkommen zu Adult Swim Games presents Sounddodger Game by StudioBeam. Ja, das ist ein lustiges Browserspiel, das ich euch heute zeigen will. Es ist auf Adult Swim Games, auf ihrer Webseite und ihr könnt da spielen und es ist fun, geht spielen. Ja, ihr könnt es auch kaufen auf Steam, das heißt Sounddodger Plus und ich zeige euch heute mal die Gratis-Version. Und was man eigentlich macht ist, hier durch diese Levels gehen, man sammelt Prozent bei den Liedern und dann am Schluss kann man das coole Lied hier spielen, Advanced. Das werde ich euch am Schluss zeigen, aber jetzt zuerst mal was gemütlicheres, nämlich Katapult. Ich mag Dubstep, darum spielen wir jetzt Katapult. Ja, und was man eigentlich macht ist Soundtouchen. Also ich weiche Töne aus, also nein, Geräusche, also Audio, also Schallwellen, die gerade durch meinen Kopfhörer in meine Ohre hineingehen, weiche ich mit meiner Maus aus. Unlogisch, aber es funktioniert. Ja, das ist eigentlich das ganze Spiel und es ist recht so ein Bullet Heavy Spiel, etwas so in dem Stil. Und es können dann so Sachen wie das da hier passieren. Und ja, es kann dann auch recht hektisch werden mit der Zeit, also bei anderen Levels, das hier geht jetzt noch. Ich werde jetzt das probieren zu 100%isieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon habe, aber ja, ich werde es jetzt tun. Mami, 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 Mami. Die verfolgen mich, was auch sehr cool ist. Oh! Oh! Huh! Man kann auch mit Linksklick Slow Motion machen, so. Und dann hat man Zeit. Oder ich weiß nicht, ob das von meinem Prozent weg nimmt. Von dem her mache ich das nicht. Ohhh! Also ich habe es ja gemacht, aber egal. Ich habe jetzt etwas anderes zu tun. Hup! Hopp! Und wenn man schnell bewegt, dann wird das Bällchen auch dünn. Also kann man sich, wenn man sich schnell bewegt, auch so durch so kleine Gaps hindurchmogeln. Ach ja, genau. Suizid! Ah! Mami! Ja. Das passiert dann eben, wenn man getroffen wird von den Spikeys. Es gibt keine Leben oder so. Es gibt einfach dann... Von der Prozentzahl wird es dann weggenommen. Von dem Perfektionismus. Es sind Spielverfektionisten. Und Bullet Hell Mansion. Ich bin nicht gut. In Bullet Hell Spielen. Aha! Vor allem nicht in diesem hier. Äh. Oh. Ähm. Probleme! Nya 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 nya. Uuuuuh. Hui. Ähm. 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 Mami! Ah! 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 Oh! Shit! Shit! Ah! Skaggeta! habe ich nicht erwartet das habe ich jetzt verkackt und diese regen hier zeigt dann wie weit das level schon fertig ist also ich zeige es beim nächsten level ich kann hier mein welchen sehen 67% man bin ich gut ja 94 war mein bestes score reden ist schwierig das ist cool ich habe ein paar von denen noch nicht gespielt von diesen hier 36% das scheint mir richtig zu sein für mich ja diese weiße ring hier der zeigt an wie weit man schon ist im level beziehungsweise im lied oh mein gosh so viel stuff auf einer bild hat man logik ich sehe sie nicht es gibt so ein muster und die muss man herausfinden und ich sehe sie meistens nicht das liegt ab wenn ich doch nur besser wäre also los konzentration hier durch hier nein 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 okay ja da ich habe noch kaum angefangen das ist ja das traurige hallo das ist wie fifa 14 was nein was was soll die riesige kugel was sollen die ja ich habe das spiel noch nie so gespielt also nein hier bleiben okay dann muss ich hier bleiben bei solchen mussten wo war da wo war da wo okay wieder diese kack dinge nein vielleicht sollte ich was einfacheres spielen nein es fängt wieder an wieder fack ähm konzentration Nein! Ich hab's fast geschafft, den Teil. Frick! Ah! Ah! Äh. 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 Huh. Mann bin ich gut. Den hab ich vorhin nicht geschafft. Wie? Wie? Wie kommt man da durch? Ich versteh's nicht. Noch ein Muster, das ich nicht verstehe. Doch da. Da hatte ich's ein bisschen Muster. Äh. 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 Nein! Ich bin so gut in dem Spiel. Ah! Ah! Ach, Menno. Es war ein Versuch wert. Äh. 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 Ich bin schlecht. Okay. Ähm. Ähm. Ich will euch jetzt was noch. Das ähm. Wow. Wieso hat das fünf? Huh. Die haben alle fünf. Ich spiel das, das noch. Und dann lasse ich euch den Rest selber spielen. Geht es wirklich selber spielen? Das ist machtsüchtig. Und ihr könnt das ganze durchgespielt haben. Und es gibt dann auch noch andere Modes, die ihr spielen könnt. Äh. Ich versteh die Muster nicht. Ich versteh's nicht. Nein. 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 Wieso blau und orange? Ich mag blau. reingehen in die mitte okay proskills proskills pro fricken keine proskills ich gebe euch einen tipp setzt eure fricken maus sensibilität in ihr einen maus gehabt auf sehr hoch muss nicht links flicken weil das hätte ich so kleine bewegungen machen zu machen nein nein wie habe ich das da manchmal sind einfach diese momente wo ich selber nicht verstehe wie ich das überlebt habe ok es ist ganz ok was ich da tue nein 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 wieso von hinten ich habe nicht nach hinten gesehen beziehungsweise nach unten hier durch und dann hier durch ok musste verstanden nein nicht wieder von da 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 ich weiß ich hab's weiter aber dann kommt er ist da wenn ich nicht sehr viel auf dem bildschirm habe dann überlege ich aus, aber nein, wenn dann nur so einer ist, dann, dann, dann übersehe ich den einfach. Und äh, ja, da, ah, ah, stuff auf dem, ah, zu viel stuff auf dem Bildschirm, zu viel frickets, ah, ja, 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 das ist, hm, höchstens, uff, okay, Kreise, 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 äh, nein, wo, Kreis, uh, äh, kleine Kreis, große, flecken orange, äh, ich wäre so gut dran gewesen, wenn, oh, nein, äh, jetzt kommt, äh, jetzt kommt einfach orange reingeschissen, na, 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 oh, ich lebe noch, wie lebe ich noch, nein, 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 zu viel stuff, das noch gegen schluss, nein, 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 ne, okay, äh, 75%, neuer Leck, new level braucht, was, es gibt noch mehr Level, nein, gibt es nicht, das hat mich nur verarscht, äh, 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 oder vielleicht Zen Mode hat das vielleicht anlagt, ja, Zen Mode könnt ihr auch noch machen, das ist irgendwie dann für High Scores oder so, yep, okay, das war in dem Fall Sounddodger, und, äh, bis später, Leute, ciao! Musik Musik Musik